Liebe Bürgerinnen und Bürger Finnlands, zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Ihres Landes gratuliere ich sehr herzlich. Ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass sich unsere beiden Länder seit langem eng verbunden sehen – wirtschaftlich, kulturell und auch politisch. Wenn wir Deutschen an Finnland denken, dann haben wir die herrlichen Landschaften mit ihren Seen und Wäldern, wie auch das finnische Design mit zeitloser Modernität vor Augen. Wichtig aber auch ist, dass Finnland bei Frauenrechten früh ein Vorbild war. Finnlands Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt beruhen auf Werten und Grundsätzen, die auch für Deutschland grundlegend sind. So haben wir ein gemeinsames Fundament, auf dem wir auch weiterhin eng und freundschaftlich zusammenarbeiten – für eine gute Zukunft unserer beiden Länder und ganz Europa. Ich grüße Sie und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Alles Gute für Sie und Ihr Land. Ich grüße Sie und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Vielen Dank.